also ihr könnt jetzt kaputt machen was ihr wollt und dann an die zusammengetragen servitoren endgültig einzuschmelzen ja du hast ja mit einem flammenwerfer ja ja ihr könnt dann die restlichen überbleibsel vom maschinenseer einschmelzen und euch dann im prinzip wieder zurückziehen gemeinsam mit cole benex in richtung eures eigenen kleinen hangars ja dort wo auch ehemals die zellen von von cole benex waren es ist alles nicht sehr gut ausgestattet das wisst ihr aber schon ihr seid aber auch sowieso die karge und die tristesse gewohnt auch wenn es hier leider keine banner oder wimpel gibt aber so könnt ihr euch dann erst einmal wieder zurückziehen und auf die lange warpreise die zwei wochen vorbereiten würde mich damals oder gabriel wenn ihr mir vielleicht gleich einmal ein blick auf meinen rücken werft ich habe dort was abbekommen und das zieht doch sehr fühlt sich an als wäre es etwas stärker meine sehr meine rüstung sagt mir auch dass seine dass das tatsächlich durch das keramid durchgeschlagen ist mhm gabriel schaut kurz erstmal ein wenig verdutzt dann blickt sein helm in seine richtung ja ja ich kümmere mich um euch um euch beide es scheint als hätte mein helm irgendeine fehlfunktion gehabt die helms werte sind auf einmal drastisch gesunken mhm hier damit sollte es dir besser gehen gabriel holt aus seinem aus seiner kleinen multifunktionstool was er am hand hat einige injektoren raus und drückt es dir in die servo rüstung auf den entsprechenden platz ganz gut dank falls ihr wollt kann ich einmal über euren monitor schauen vielleicht bin ich dort das problem oder kann dem maschinengeist gut zu reden du hast eine 99 gewürfelt was hast du da eine 99 gewürfelt ich hätte auf einer acht und auf warte bekomme eine erleichterung von 20 und eine hat er tatsächlich auf der genauen 99 bestanden ok wow also das ist ja aber das ist ein krit oder so ne 100 ist ein patzer also wenn ich von den werten her mit dem auf der 99 bestanden habe ist dann ist 99 nicht auch noch patzer also ich weiß die 100 es gibt waffen die ab 95 es gibt auch munitions arten die vorher patzen das kann auch sein ja auch granaten oder das ist auch mal dabei alles klar dann kriegt die fried 14 lp wieder und gabriel nutzt wendet sich dann ebenfalls zu wilhelm und wird ihnen eben so ein injektor reinbringen was was da auch immer drin ist aber scheinbar scheint es ja vernünftig zu wirken aber eine frage habe ich irgendeine waffe die ein normaler mensch bedienen kann ein kampfmesser an das tat ist kampfmesser es ist halt für die ein schwert habe ich da ein ersatz messer von eigentlich nicht nein willst du es jetzt deinem beim der kohlbex kann ich in zukunft einfach nur sinnlos rumstehen das ist ja nicht zielte übung die die boltpistole könnte er als normalen bolter benutzen also als tat ist bolter können menschen nicht benutzen die brauchen menschliche bolter a sind die verriegelt für menschen und b wenn sie die abdrücken explodiert oder reißt in der hammer weil sie mit dem hochschlag einmal benutzen geht immer ja aber aber normalerweise ist auch eine code frequenz drauf also über über dna und biometrie kannst du die gar nicht abfeuern also könnte ich maximal eine unserer fraggranaten in die hand drücken die kann jetzt vermutlich zwar nicht werfen aber immerhin zünden also was du machen könntest ist der watch captain brand ist da das ist kein inquisitionsschiff aber du kannst natürlich ihnen ganz generell auf dem freihändler schiff ausstatten die haben 100 pro exotische waffen er muss jetzt ja keiner er muss ja keiner als tat das waffen bekommen kannst du mir jetzt einfach über den freihändler was anderes geben also in zwei wochen kannst du da bestimmt anfangen ihm irgendwas zu schmieden nachdem die rüstungen repariert sind ich wollte gerade sagen wir haben wichtigere probleme mein ganzer arm ist hochgegangen ja ansonsten stellt sich zu dem iron hand dem eisenschmied pro der hat ja auch ein arm aus eisen nach was ein bisschen reparaturzemente geht es wieder nur dass der eisenschmied sein arm freiwillig geopfert hat oder wilhelm was haltet ihr davon wenn wir jetzt unseren weg zur schmiede beenden dann können wir dann kann ich einmal einen blick auf unsere rüstungen werfen ausgezeichnet wie ihr seht meine die ganze lackierung ist abgesprungen und teile von meinem arm aber darum hat sich der bruder schon gekümmert nicht nur die lackierung wenn ich das so sehe einige der verkabelungen scheint sich auch gelöst zu haben so gabriel du kannst einmal am tag heilen ich kann jeden einmal alle 24 stunden heilen gut alles klar ja dann könnt ihr gemeinsam in die schmiede gehen lasst euch dann vom eisenschmied bromanok und dem tech schmied numata der salamanders ja die rüstung reparieren das dauert natürlich ja sicherlich die nächsten drei vielleicht vier fünf tage aber in den zwei wochen selber werdet ihr es schaffen ich würde du kannst es natürlich auch selber machen aber gerade wenn dann so ein der der arm vom imperial fest willhelm dann zerstört ist da wird dann auf alle fälle dann numata reinschauen also das salamander von von euch von dem anderen wunderbar dann kann der mir auch noch ein paar sachen beibringen ja kann auf alle fälle ihr könnt euch auch generell könnt ihr natürlich mit den anderen unterhalten von den space wolves ultra marina star es gibt ein crimson fest und ein imperial fest und auch ein black templar ja also im prinzip ist auch für euch relativ viel gesprächsbereitschaft da ihr könnt aber natürlich dann zu dem freihändler wieder aufs kapitäns deck treten wenn ihr euch dann wieder erholt habt ich würde tatsächlich einmal mit dem tech marine reden ob er noch mal schaut aus seiner sicht die ganze kurz sich noch mal anschaut ob nicht doch noch irgendwo hier was auf dem schiff im argen sein könnte ja er schaut euch aus seinen feuerroten augen mit der schwarzen haut an nickt ja ich werde mir selbstverständlich noch einmal alles ansehen und nicht darauf vertrauen was dieser straftäter alles mit euren codes angestellt hat immerhin haben wir einige servitoren erschlagen müssen alle waren verseucht mit abscheulichen zeichen das chaos kann sich überall manifestieren bruder aber ja wir werden sämtliche infekte finden und heilen wenn ihr unterstützung braucht sagt bescheid ja schütteln mit dem kopf für sowas eignen sich eigentlich relativ gut bruder küros und der bruder veteran aralyn ein minotaure und ein kajarodon so lange sie nicht menschlich sind lassen wir meistens sie auf unsere feinde los klingt nach einem riesen spaß ja er nickt während er da wohl gerade ein kleines plättchen aus dem arm von willhelm ausgebaut hat löte da wohl gerade wieder irgendwas zusammen mit seinen verschiedenen haben ja und schaut dich dann wieder an so wart ihr schon einmal im arm der tyraniden ich habe schon gegen tyraniden gegenseitig war aber ob ihr im orpheus keil gedient habt jetzt muss ich gerade überlegen zweimal ja und da waren wir am anfang ja auch custom und aber los genau da haben die ersten die ein tyramiden schiff geändert haben wir waren dort ab und haben gar auf einem bürger nieden und durchgeschlagen hier war das davon habe ich gehört es war ein riesiges gemetzel meine brüder und ich habe in einer sprengung getätigt und das gehirn in tausende von stücken zu zerfetzen wir zeigen dass wir auf sie warten ist nicht geschlagen geben wenn nick dann erkennt wir haben wohl von der von dem überfall auf avalos gehört und der beinahe vernichtung und das auch brüder von uns ein tyranniten schwarm schrift geändert haben aber dass ihr es wart mein respekt bruder wir dienen alle den allvater ich freue mich auf eloises nun nachdem der planet wieder erobert wurde gibt es dort viele menschen viele von der ekklesiachie die schwestern bin gespannt auf welche feinde wieder treffen leider werden wir eine andere mission betätigen müssen direkt weiter fliegen leider habe ich nicht die ehre mit brüdern direkt in die nächste schlacht zu ziehen nun ich habe die space wolfs davon reden hören herum eine welt für euch tatsächlich aber wohl schon gehört von torreos dass ihr der erste unter gleichen seit ich bin gespannt was mich da erwartet ihr werdet uns ehre machen selbstverständlich im dienste des imperators er nickt für die menschheit vor allem für die menschheit er nickt nun dann werde ich einmal den watch captain über unsere missstände auf dem schiff gehen watch captain brand guter mann der tat so könnt ihr euch einmal sammeln und dann gemeinsam wenn ihr mögt zu watch captain brand aufschließen gute arbeit mit euch wird das tatsächlich nie langweilig naja seine wesenheiten waren deutlich fähiger als ich erwartet hatte erschreckend nicht wahr dass servitoren so etwas anrichten das chaos schreckt von eix nicht zurück wir werden uns noch um den keil kümmern akaros ist wild geworden die halex anomalie pulsiert und die kelle aus kriegszone ist nach wie vor sehr aktiv aber der freihändler die aslan hat euch gelobt er hat mitbekommen was ihr für ihn und sein schiff getan habt näher die frage ist was war der plan des chaos anbieters das haben wir leider nicht herausfinden können er nickt nun er starb bevor wir an bord gekommen sind wir konnten es also nicht herausfinden seine leiche haben sie bereits beseitigt auch dies bietet keine option mehr für uns wir haben die frachtcontainernummern wir könnten überprüfen wann geplant war diese loszuwerden das ist ein sehr guter plan vielleicht können wir sein ziel erfahren wohin es geht richtig dann könnten wir dies an die inquisition weiterleiten damit die dort einige leute absetzen um dem nachzugehen nur allem können sie kontrollieren ob er nicht schon in irgendeiner form verbündete vor ort hat ein ausgezeichneter vorschlag ich werde gemeinsam mit euch die beiden tech priests die beiden anderen brüder aus dem anderen exterminator team darauf ansetzen vor allem sollte das schiff sobald es eine mission erledigt hat gründlich untersucht werden nicht dass doch noch irgendwo ein versteckt ist ein code oder sonst was dergleichen was hier derzeit ausbrechen kann so wird es geschehen also gut dann ruht euch aus erholt euch von den verletzungen und repariert eure rüstung ja so könnt ihr tatsächlich euch weiter mit dem freihändler unterhalten mit seinen offizieren die an bord sind beziehungsweise auch mit dem obristen der imperialen armee der euch dann ja auch später auf augen begleiten wird archibald hess der noch nicht wirklich viel weiß er weiß dass ein paar katacana so um die zehn aktuell dort sind eine kleine stationierung die jeder wohl gedient dienen darf aber auch die dürfen den dschungel nicht wirklich betreten beziehungsweise die wenigen die es dann mal getan haben kam auch damals nicht wieder selbst wenn es katacana sind ja erst relativ gespannt auf euch wenn ihr dann unten seid auf die aurana von denen er viel gehört hat und freut sich auf die mission und auf die vielen fortschritte die erleichtern werdet archibald was ist über die das könnte uns schon überlegst erklärte ich hier auf den planeten sagen ich weiß dass das nicht viele sind aber ich finde es relativ spannend sicherlich kann euch der vater einige andere dinge geben aber es stellt sich natürlich die frage warum unsere eklesiarchie die aurana eingliedern will und nicht bereits vernichtet hat sie haben einen alten glauben der wohl auf die das dunkle zeitalter verweist ich bin sicher da werden sie uns dann das werden sie uns erläutern können ja ich bin kein wirklich seliger mann müsst ihr wissen ich habe zwar mein kleines gebets buch dabei es ist ziemlich abgegriffen aber und nach den glauben überlasse ich anderen er müsste tatsächlich mit dem vater sprechen aber er kann euch viel zu dem eigentlichen glauben von ihnen erzählen solltet ihr tatsächlich tun ich werde mich dann dazu gesehen ein funken der wahrheit das imperator ist überall verteilt wird auch hier zu finden sollen ja ich habe das wie gesagt versucht zu verstehen aber am ende habe ich es nicht verstanden glauben heißt nicht zu verstehen nicht immer manche dinge muss man erfahren wenn ihr mögt kann ich euch ja einen auszug geben aus dem logbuch von ballastus ihrem m31 der ist sicherlich schon lange tot sicherlich seit 10.000 jahren aber er hatte waren ja frage wird er sein das wird uns dies helfen ja tausende die dazwischen liegen hat sich der planet ja wohl definitiv verändert oder leben sie nach genau diesen auszügen immer noch genau so weiter ja ich kann ihn euch geben wenn ihr mögt das freundlich ja ein moment er geht zu einem der pulte wird sich da selber dann freischalten und nach einigem klicken aber auch ein bisschen flucht weil er dann mit der bedienung nicht klarkommt könnt ihr dann spüren wie er euch einen daten ein datenpaket zuschicken möchte ihr könnt das ganze dann bestätigen und im prinzip lesen tatsächlich aus dem jahr m31 und zwar 412 m39 und handelt von einem strategischen rückzug aus dem logbuch ballastus irems 5 9 8 4 1 2 9 m 31 ein strategischer rückzug ich habe im laufe der jahre die ich im schatten der weite verbrachte viele schrecken gesehen und wage sogar zu behaupten mich einigen von ihnen aus eigenem antrieb gestellt zu haben dennoch habe ich nie geglaubt ich könnte jenen mystischen albträumen begegnen auf denen die geschichte des imperiums basiert in meinem letzten eintrag über die aussichtsreichen fundstätten hier in den unerblickten weiten habe ich auf die unbewohnte anomalie 47m detailliert beschrieben sie mal keine bewohner haben doch ist diese städte keineswegs frei von gefahren ich nahm ein dutzend meiner besten männer in diese toten hallen mit als wir die anderen fußspuren entdeckten ging wir davon aus dass es sich um die spuren unserer alten widersacher um die reichtüme der welt handeln musste die jünger von thule wie sehr wir uns doch geirrt haben wie schildert man mit einfachen worten den seelenzerfressenen schrecken eines kreuz das man bisher nur aus halb geglaubten geschichten gekannt hat ich weiß jetzt dass die verderbten adeptus astartes wirklich existieren und wesentlich schrecklicher sind als jede noch so lebhafte fantasie zu zeichnen vermag sie schlachteten meine männer beinahe nachlässig ab und ihre waffen berührten wie tobsüchtige bestien nur das opfer der allzeit pflichtgetreuen vega gestattete es mir rechtzeitig für meine flucht zu meinem schiff zu gelangen ich habe keinen zweifel dass diese krieger der ewigen verdammnis uns bis zum letzten mann niedergeschlachtet hätten wäre es ihnen nur gelungen den rumpf von unserem notstart vor unserem notstart zu durchbrechen woher mögen sie stammen bisher habe ich nicht einmal gerüchte über ihre anwesenheit in der kronosweite gehört sie schienen etwas auf der anomalie zu suchen sollen sie es doch haben der imperator möge jeden beschützen auf die närrische idee kommt zu versuchen sie daran zu hindern vielleicht können wir mehr damit anfangen wenn wir uns dorthin begeben haben kyle rülus dunkelgeisel dunkelgeisel war bereits aurums kyle als der kreuzzug die welt vor drei jahrzehnten entdeckt er ist selbst für die marschstäbe seines volks ein großgewachsener kann er seine größe fast in einem space marine aufnehmen sein langes schwarzes haus in mehrere kleine knoten eingeflochten doch er trägt sonst keinen schmuck bis auf den polierten knochen stirnreif wie alle anführer aurums hat er seine position nicht geerbt sondern durch einen sieg totalen kampfspielerrungen rülus ist ein charismatischer redner und mächtiger krieger bereits beim erstkontakt mit dem imperium erkannte er dass das leben seines volkes nie wieder sein würde wie zuvor schlicht und einfach aus der tatsache heraus dass es nicht mehr alleine im universum war seit jenem zeitpunkt sammelt er alte geschichten und überlieferungen über die planeten und die politik jenseits dieser welt er ist deswegen wesentlich besser über das imperium verinformiert als alle anderen auraner die geschichten von händlern und seinen der retation er zwischen den zahlen der geschichtsbücher herausgelesen hat haben ihn zu einer grimmen schlussfolgerung kommen lassen er ist überzeugt dass der kreuzzug wenn man ihm die kontrolle über aurum zustünde die ressourcen der welt und sein volk gnadenlos ausbeuten und als schatten ihrer selbst zurücklassen würde berührlos hat sich seiner entscheidung nicht einfach gemacht bei seinem studium der galaxis hat er erkannt dass dort draußen zahlreiche bedrohungen lauern dass das imperium der menschheit auch die beste verteidigung für aurum sein könnte die botschaft die von einem schützenden imperator und seiner vereinten menschheit kündet hat einen wahren klang in seinen ohren und berührt seine seele gleichwohl ist er der stolze könig eines stolzen volkes er würde niemals den goldenen planeten freiwillig einem grausamen unwürdigen dinktate unterstellen die ordens brüder stellen für ihn eine einzigartige gelegenheit dar rülus hat natürlich auch gerüchte vom mut und der erde der adept und der ehre der adeptus astatis gehört da ihre orden außerhalb der normalen struktur des imperiums existieren bieten sie ihm vielleicht eine gelegenheit den unbeeinflussenden standpunkt eines sterne rülus darüber zu erfahren wie er und sein volk am besten mit dem gierigen hunger des imperium aurum zu besitzen umgehen soll er ist auf der ansicht die spacemanlin seien tatsächlich die ersten vertrete des imperiums den respekt seines volkes verdienen wenn sie sich den oranischen kriegern ehren ebenbürtig erweisen würden dann würde er endlich über verbündete verfügen während hilfe er die mali sektoren verstehen und auslöschen könnte ja das sind die daten die mir vor antritt zugespielt worden sind die inquisition ist natürlich auch daran interessiert ein fuß auf aurum zu setzen selbstverständlich auch das mechanikum ihr habt ja mitbekommen dass es dort einige wertvolle materialien gibt die vor allem dann auch dem planeten seinen namen geben mehr verbündete werden auf gar keinen fall schaden das denke ich auch waren schon astatis auf dem planeten bisher nicht ihr werdet die ersten sein wir haben natürlich all die astatis die wir hier in diesem arm beziehungsweise in dem gesamten kreuzzug haben an den fronten eingesetzt viele sind es nicht aber nun endlich hat sich die inquisition dazu durchgerungen deathwatch zu schicken gerade mit euren unterschiedlichen standpunkten könnt ihr die aurana sicherlich davon überzeugen dass es sicher ist sich dem imperium anzuschließen wir haben natürlich noch einige blatt angels hier in der nähe aber nun ich glaube nicht dass bei all der ehre die ich ihnen zustehe vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist der blatt angel auf nun mit auranern verkehren zu lassen wir werden die ersten astatis seit 10.000 jahren sein nicht davon gehe ich stark aus ja ich weiß wie gesagt nicht warum mir mein solches logbuch zugespielt worden ist ach ihr wisst nicht woher es kommt nun ich weiß nicht warum es dabei war und wenn mir die inquisition ein datenpaket zuschiebt dann werde ich auch nicht fragen so dumm bin ich nicht das habe ich mittlerweile als general gelernt ich bin sicher ein sohn fenris wird den herrn überzeugen dass wir mit seinen kriegern mehr als mithalten können ich bin immer froh wenn diese ich bin immer froh wenn die söhne von fenris auf meiner seite stehen wenn wir die ersten astatis sind die auf diesem planeten an landen so werden sie die wahre stärke des imperiums erkennen und sie haben von den geschichten selbstverständlich gehört immerhin sind wir seit 30 jahren mal mehr mal weniger dort unten in letzter zeit weniger aber gehört haben sie von euch und jetzt dürft ihr den geschichten keine lügen strafen und jetzt so wie wie ich